Also ich glaube zunächst mal, dass wir aus den Aussagen sehr deutlich erkennen konnten, dass wir nicht gerade Favorit sind. Also ich glaube, diese Favoritenrolle ist eindeutig. Man konnte lesen, dass hier Freude herrschte, als das Los Hannover 96 gezogen wurde. Das überrascht mich nicht, weil wir als Internationaler nicht so bekannt sind. Ich glaube nicht nur, dass wir das so sehen. Ich glaube, das sieht Atletico Madrid ganz genauso, dass sie die klare und eindeutige Favoritenrolle haben. Schauen Sie nur auf die Etats der beiden Teams. Hier hat, glaube ich, einen Spieler so viel gekostet, wie unser Etat insgesamt ist. Also ich glaube, hier müssen wir nicht darüber diskutieren, wer Favorit ist. Wir haben hier eine Chance als Mannschaft, als Team, als geschlossene Einheit vielleicht etwas zu bewegen. Dafür werden wir alles tun. Und ich bin sicher, dass auch Atletico Madrid die letzte Chance sucht, vielleicht in der neuen Saison auch international wieder dabei zu sein. Sie haben einmal den Titel geholt 2010. Sie haben Top-Spieler in ihren Reihen und deswegen sind sie sowieso schon mal vom Papier her alleine Favorit. Ich muss gestehen, es gibt nicht besonders viele Defizite, die man erkennen kann. Nicht in der Defensive und auch nicht in der Offensive. Zumindest keine Auffälligkeiten oder wenig Auffälligkeiten. Das Einzige, was auffallend ist, dass diese Mannschaft, obwohl sie ja diese außergewöhnliche individuelle Klasse hat, in der Liga nur auf Platz 8 steht und er jetzt auch am Wochenende mit 0 zu 1 verloren hat, das ist das, was uns verwundert. Da gibt es, glaube ich, zu viele Namen, um die aufzuzählen. Wir haben uns gestern extrem einmal mit Atletico beschäftigt und da waren wirklich Spieler dabei, wo man sich dann auch manchmal die Augen reibt, wo man sagt, boah, wir haben eine Extraklasse.